Fast so schön wie bei Bambi. Zwei Tiere, die sich normalerweise nicht so gut verstehen, tollen gemeinsam herum. YouTuberin Jamie Rae Fifield beobachtete, wie ihre französische Bulldogge Ellie May und ein junger Hirsch ausgelassen auf einer Wiese spielten und zückte ihre Kamera. Das Video, das die Tiere nahe eines Waldstücks im kanadischen Wellington zeigt, sammelte bei YouTube bereits über eine halbe Million Klicks. Kurios? Schon vor der Aufnahme habe das ungleiche Paar eine halbe Stunde lang zusammen herumgetobt, schreibt die Userin. Ob sich die tierischen Freunde wiedersehen dürfen, ist allerdings nicht bekannt.